Hey Leute, willkommen in Woche 4 von unserem Bauausbau-Vlog. Ich baue euch hier dieses Dachgeschoss aus und über die letzten paar Wochen habe ich euch mitgenommen auf die ganze Baustelle und alles was hier so passiert ist. Wir haben die Wände abgerissen, wir haben die Schlitze geklopft, wir haben den ganzen Putz von den Wänden runter gemacht, wir haben die ganzen Verplankungen, also die Heraclit-Platten, die für die Sparrenverplankungen zuständig war, haben wir alles entsorgt. Die Decke haben wir aufgemacht, die ist jetzt komplett frei und da komme ich schon genau zu dem Punkt, der heute ansteht. Ich werde Dachfenster einsetzen, das ist der erste Bauschritt, den ich jetzt vornehme. Und zwar baue ich Dachfenster ein, von folgender Firma, die habe ich extra besorgt. Letzte Woche habe ich das schon erwähnt gehabt, die habe ich gebraucht gekauft und wie das jetzt so alles hier passiert, das steht weiter ab. Ja, ich habe mich für folgendes Fenstersystem entschieden und zwar geht es um die Fenster der Firma Velux, die die letzte Woche das Video schon gesehen haben. Ich habe die Fenster gebraucht gekauft, weil die Firma momentan Lieferschwierigkeiten hat. Das heißt, die Fenster, die ich ausgesucht habe, also die Größe und auch die Fenster, die ich jetzt einbauen möchte, waren nicht lieferbar. Das heißt, ich hätte locker zwei, drei Monate warten müssen oder mehrere Wochen zumindest, bis die lieferbar sind und erst dann mich um den Einbau kümmern und so weiter. Und so lange möchte ich einfach nicht warten, denn die Dämmung steht an, der Winter steht vor der Tür und da sollten schon die Fenster vorher drin sein, bevor man jetzt anfängt, die komplette Zwischensparendämmung zu machen. Das heißt, das ist für mich auf jeden Fall der erste Schritt. Damit fange ich an mit dem Ausbauprozess hier oben und da war es mir wichtig, dass es ein bisschen schneller geht. Und glücklicherweise ist es ja so, dass man bei der Firma hier verschiedene, ja, wie soll ich sagen, Nummern hat. Man sieht es hier auf der Seite ganz gut. Da wird es ganz gut beschrieben. Da gibt es verschiedene Systeme. Hier müsste man es sehen, GGU, GGL, bla, bla, bla. Und anhand der Nummern bzw. der Zahlen-Ziffern-Kombi weiß man genau, welches Fenster man hat oder was man genau suchen muss. Und wenn man sich das dann vorher irgendwie angeschaut hat und geplant hat mit einem Architekten oder mit einem Freund, der sich damit auskennt oder wie auch immer, ihr dazu kommt, das hier zu machen, kann man anhand dieser Zahlen halt genau explizit nach diesen Fenstern suchen. Und das findet man zum Beispiel bei Kleinanzeigen oder sonst wo auf dem Gebrauchtmarkt auch ganz gut. Bei mir sind es jetzt GGU, PK08, so heißt das Ganze. GGU als die Typifizierung des Fensters und PK08 ist die Größe. Und das ist jetzt so ein Schwingfenster. Ich habe das hier unten. Ich sage euch das gleich nochmal genau. Das ist so ein Ausklappfenster in der Größe 94x140. Und ja, habe das glücklich geschossen. Da war eine Familie, die das Ganze eingebaut hatte, hat sich dann aber zwei Jahre später dann nochmal entschieden, das Ganze zurückzubauen, weil sie doch Dachgauben an der Stelle einbauen wollten. Und so waren die Fenster, die jetzt nur zwei Jahre verbaut sind, halt überflüssig. Und ja, so habe ich glücklich das Ding geschossen. Und dazu gab es noch hier diesen Rahmen. Also jedes Fenster braucht noch so einen Einbaurahmen. Das ist so ein Rahmen, der um das Fenster gelegt wird. Dadurch wird das dann halt abgedichtet und angepasst an das Dach. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Das hier ist der EDZ. Jemand sagte mal, ein Deckrahmen Ziegel. Wird vielleicht so stimmen. Ich weiß es nicht, um genau zu sein. Hier unten sieht man auf jeden Fall die Ziegel. Das ist halt wichtig, weil jedes Dach ist natürlich anders und hat eine andere Größe, eine andere Anforderung. Ist es jetzt ein schiefer Dach, ein Flachdach oder wie in unserem Fall jetzt ein Ziegeldach? Ich habe Frankfurter Pfanne oben drauf und da passt der EDZ. Und ob da jetzt alles vollständig ist und wie gut das erhalten ist, das gucken wir uns mal heute an. Und ja, auf geht's! Und ja, auf geht's! So, da ist das gute Ding. Also, ich habe jetzt mal alles mal ein bisschen ausgelegt, mich an den Plan gehalten, mal geguckt, ob alle Bauteile da sind und in welchem Zustand das Ganze ist, gucken wir uns jetzt mal an. Ich erkläre euch das einfach ein bisschen so wirklich laienhaft. Ich habe keine Ausbildung da drin. Ich habe mich auch nie wirklich damit befasst, mit einem Dachfenster, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch noch nicht, bis zu dem Punkt, wo man sie mal braucht. Aber nehmt einfach mit, was ihr könnt. Irgendwann ist ja immer das erste Mal und so sieht das Ganze aus. Also, ein Dachfenster unterscheidet sich natürlich von einem normalen Fenster in der Form, dass es in die Dachfläche eingebaut wird. Das heißt, es wird oben direkt aufs Dach draufgelegt und eingebaut und kommt nicht wie ein normales Fenster in so ein Rahmen rein, sondern liegt halt oben auf dem Dach auf. Ja, ich habe mich hier für so ein Schwingfenster entschieden. Das heißt, es wird genau in der Mitte. Da kommt der Einbaurahmen von dem Fenster. Da werden die dann eingehangen an diese Scharniere und man kann die halt in der Mitte raus ausschwingen. Da gibt es verschiedene Varianten. Jetzt, wie gesagt, bei Velux haben die so ein cooles System mit einer Buchstabenkombination. Und anhand der Buchstabenkombination kann man schon mal rausfinden, was für Extras oder Gadgets das Ganze haben muss. Also, wie gesagt, es gibt Fenster, die gehen oben an den, direkt oben an der Kante auf oder wie jetzt in meinem Fall an der Mitte. Und so kann man sich dann halt anhand der Buchstaben nachher auswählen, was man mal haben möchte. Ich habe jetzt das GGU. Das hat zum Beispiel so eine Besonderheit, dass es, wenn wir hier an dem Fenster mal gucken, hier an dem Griff, den man oben hat, der macht hier oben noch nochmal so einen Schlitz auf. Das öffnet hier diese Lüftungsschlitze. Und man muss sich das so vorstellen, dass man dann halt hier durch diese Öffnung halt nochmal so eine Belüftung hat. Also man muss das Fenster nicht komplett aufmachen. Es reicht, wenn man oben einfach nur diesen aufmacht und halt so einen Durchzug halt generiert. Da ist so etwas, wo sich die Eltern dann immer freuen oder irgendwelche Vermieter oder sonst irgendwas. Wenn nämlich das Fenster nicht 100% geschlossen ist und man einfach nur den Griff so auf eine Stufe runter macht und nonstop so einen Durchzug produziert, heizt man sich natürlich im Winter dann tot. Also ich meine, in dem Moment, wo da so ein Luftzug entsteht und die warme Luft dadurch entweichen kann und man das vergisst. Ja, das sind so kleine Kostenfallen dann für Leute, die da nicht drauf achten. Ja, das soweit mal ganz grob zum Fenster. Das sind, wie gesagt, nur die Fensterscheiben in dem Schwingrahmen. Dann kommt der Fensterrahmen selbst, der auch hier an diesen Winkeln halt dann nachher an den Sparren oder an den Balken, je nachdem, wie das montiert ist an den Rahmen, halt festgemacht wird. Und das ist so das Standardsystem. Aber jedes Dach ist natürlich anders und um das Ganze dicht zu bekommen und die ganzen Wasserläufe halt an das Dach anzupassen, an die entsprechende Dachbedeckung, Abdeckung, gibt es halt noch diese Eindeckrahmen. Ja, und jeder Eindeckrahmen, da gibt es passende für entsprechende Dächer. Das hier ist der EDZ. Der ist halt für die Ziegeln bis zu 45 Millimeter. Hoch für ein Stalldach und das ist das, was wir brauchen. Und da sollte man jetzt ein bisschen darauf achten, ob da jetzt alles da ist beziehungsweise den kann man auch neu kaufen. So teuer sind die nicht. Die kosten einzeln, glaube ich, unter 200 Euro oder so direkt vom Lieferanten. Also da muss man jetzt nicht unbedingt dran sparen. Ich habe ihn halt jetzt nur dazu bekommen und wenn er jetzt schon da ist, einfach mal gucken, ob da irgendwelche Beschädigungen sind, weil beim Ein- und Ausbau kann natürlich immer irgendwie irgendwas passieren. Wir müssen jetzt zum Beispiel, nur um ganz grob zu erklären, die Teile hier dann zum Beispiel an den entsprechenden Ziegel angepasst werden und umgeknickt werden. Das sieht natürlich dann hier und da für ein Laien ein bisschen wild aus, wenn man da ein bisschen am Rumdrücken ist und die Bleche halt dann verformt. Das soll natürlich alles nachher passen. Auch die ganzen Lamellen, dass sie noch funktional sind und das Ganze auch richtig abdichten. Genauso wie hier diese Schürze, ob da jetzt irgendwas löchrig ist oder so. Also die könnte man auf jeden Fall neu machen, weil die wird dran geklebt und beim Abreißen, man sieht es ja schon, da kann immer hin und da mal irgendwas, ein Loch entstehen und nachher nicht richtig dicht sein und an so kleinen Sachen darf das nachher natürlich nicht scheitern, wenn euch nachher das da irgendwie Wasser reintropft, auf die Dämmung oder so und dann ins Dach rein. Das Ganze soll ja natürlich dann aufs Dach drauf montiert werden und dadurch, dass die Fenster meistens mittlerweile breiter sind als die Sparrenfelder, also die Sparrenfelder ist hier der Abstand zwischen einem Sparren zum anderen und die sind jetzt in meinem Fall fast 50 Zentimeter und Fenster, die nur 50 Zentimeter breit sind plus den Eindeckrahmen und so weiter, da kommt man nicht hin. Das heißt, was man machen muss, ist ein Sparren rausnehmen und spricht dann von einem Sparrenwechsel. Das heißt, ein Sparren wird rausgeschnitten und versetzt nochmal angeschraubt, also da kommen Konterbalken hin und so werden die Kräfte dann aufgefangen und so kann man dann nachher in dieses größere Feld, was dann entsteht, halt dementsprechend Fenster einsetzen. Ich passe jetzt nicht hier, ich werde das hier oben machen, da, da gehen wir uns gleich mal nach oben und das Ganze angucken und ablassen. So, direkt vorm Dach hier oben. Ja, und was man jetzt messen muss, ist halt der Abstand zwischen zwei Sparren. Da dieses Feld, da wo das Fenster eingesetzt wird, dass das breit genug ist. Also, ich habe jetzt zwischen meinen beiden Sparren, zwischen dem da, dem rechten, und hier, dem hinten, sind es jetzt ungefähr 120 Zentimeter und die müssen jeweils ungefähr 10 bis 20 Zentimeter breiter sein, als die Fenster selbst. Also, mein Fenster ist 94 mal 140, also 94er Breite, plus, sagen wir mal, 15 Zentimeter oben drauf. Da wären wir ungefähr bei 1,10 Meter und das ist zum Glück drunter, unter dem Feld, was ich brauche, denn das Fenster ist zwar nur 94 Zentimeter breit, aber da kommt ja noch an den Seiten jeweils dieser Eindeckrahmen und irgendwelche anderen Anschlüsse plus diese Balken, die jetzt noch dazukommen. Also sollte man da genug Puffer haben und das Ganze nicht zu knapp bemessen. Aber das steht alles in den Anleitungen, kommt natürlich auf die Fenster ein, die man einbaut, plant das lieber und messt lieber zweimal nach und macht das nicht zu eng, weil nachher bringt das ja nichts, habt ihr ein Loch im Dach und habt das Ganze alles rausgeschnitten und das Fenster passt nicht, ja, dann steht ihr da. So, noch zum Verständnis für die, die sich jetzt unter dem Sparrenwechsel nichts vorstellen können. Ein Sparrenwechsel ist einfach nur, dass man das Feld, beziehungsweise den Sparren, den man rausschneidet, ein Feld drumherum baut, so ein Rahmen drumherum baut. Der Rahmen dient nicht nur dazu da, um das Fenster halt aufzunehmen, sondern auch, um die Kräfte, die der Sparren eigentlich auffangen sollte, halt nach unten wieder zu übernehmen. Das heißt, wenn ich den jetzt hier abschneide und unten, setze ich hier nochmal so ein Querbalken hin, also so ein Quersparren, dann nochmal seitlich zwei oder einen, je nachdem, was für ein Feld man hat, wie groß das Ganze ist, ob man das überhaupt braucht und unten dementsprechend nochmal einen Quer und dann hat man halt so einen Rahmen, der von oben die Kräfte aufnimmt, durch den Rahmen halt überträgt, nach unten und das ist der sogenannte Sparrenwechsel. Und davon spricht man dann, nur um euch das mal zu erklären, wie weit man das als Laie machen sollte, das ist jedem selbst überlastend, glaube ich. Ich selbst kann euch da keine Tipps geben. Statiker, Zimmermann, Architekt, Dachdecker, das sind Leute, die ihr am besten fragen solltet. Hier so Leute wie ich, die jetzt bei YouTube bis ein paar Videos machen, das hat alles nie 100% Hand und Fuß und da solltet ihr immer auf irgendwelche Fachleute aus eurem Bekanntenkreis beziehungsweise aus eurem Umfeld vertrauen und nicht jetzt irgendwelchen Leuten, die jetzt wie ich solche Videos machen, denn ich bin auch nur Laie. Ich traue mir das selbst vielleicht zu oder will mich mit der ganzen Materie auseinandersetzen. Das bedeutet nicht, dass ich die vollständige Expertise mitbringe, um alles irgendwie so euch beizubringen oder euch zu sagen, dass ihr euch da drauf verlassen solltet. Also das immer im Hinterkopf behalten und lieber zweimal messen. Ja, was brauche ich? Ich brauche auf jeden Fall den Querwalten hier oben, das heißt, der, der jetzt erstmal hier oben hinkommt, das wären dann 120 Zentimeter. Da kaufen wir einfach 125 Zentimeter und können das dann nachher anpassen. 5 Zentimeter deswegen extra drauf, weil hier mag es passen, aber dann vielleicht paar Zentimeter weiter oben, je nachdem, wo wir das genau einsetzen, nicht mehr. Denn Holz ist nie 100% gerade und lieber später noch ein bisschen Puffer haben, was man wegschneiden kann, als einen zu kurzen Balken und dann steht man nachher da und muss einen Baustellenstopp wegen einem Zentimeter, der gefehlt hat. Deswegen rechne ich da einfach ein bisschen hier oben was drauf. Dann jeweils zwei, also jeweils einer, der runter geht auf jeder Seite, also zwei Stück und dann noch einen, der unten hinkommt. Den, entweder den oben oder den unten, kann man aber recyceln, indem wir den hier nehmen. Also hier der Sparren wird ja ausgeschnitten auf 1,40 Länge und der ist ja natürlich länger als in der Breitseite. Das heißt, wenn ich den 1,40 hier ausschneide, dann auf meine 1,20 Up Cup, dann kann ich den unten einsetzen und habe schon meinen Balken gespart und muss den jetzt nicht noch einmal extra kaufen. Ja, soweit zur Theorie. Lasst mal losfahren, die Balken kaufen. Ja, um Balken zu besorgen, könnt ihr natürlich direkt in den Baumarkt fahren. Also die meisten Baumärkte sind mittlerweile so gut ausgestattet, dass sie auch Sparren haben beziehungsweise etwas größere Balken. Nur wenn es jetzt irgendwas Spezielles sein soll, gerade für den Dachaufbau, dann bieten sich normalerweise so Baustoffbedarf oder irgendwie Dachdeckerbedarf, DEG zum Beispiel oder sonst irgendwas. Die haben meistens alles da. Ich fahre jetzt direkt zum Sägewerk und kaufe es direkt hier von der Produktion halt. Also es wurde wirklich gestern frisch geschnitten für mich und da ist es nochmal einen Ticken günstiger, weil man halt die ganzen Lieferketten, die ganzen Vertriebsketten halt nochmal überbrückt und halt direkt an die Balken rankommt. Und solltet ihr vom Land sein oder so oder irgendwie ein bisschen ländlicher wohnen, dann bietet sich das einfach an. Hey Leute, wir sind jetzt direkt am Dach drauf. Also ich habe jetzt alle Materialien hochgeschleppt. Wir haben die Balken oben, wir haben die Fenster oben und ja, Glück im Unglück. Heute wurde Regen gemeldet. Es regnet auch, aber nicht ganz so schlimm. Also deswegen glücklicherweise können wir es noch einbauen. Erste Fenster ist schon drin, beim zweiten hole ich euch jetzt ein bisschen mit. Beim ersten wollte ich halt selbst mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde dann sagen, auf geht's. So, und das Ganze war ich nicht alleine. Der gute Jörg, der hilft mir bei der ganzen Sache und der macht hier schon mal die Pfannen ab. Eigentlich keine komplizierte Sache. Auf dem ganzen Feld, wo das Fenster eingebaut wird, wird halt ein bisschen abgedeckt. Einfach die Pfannen rüberheben und dann sieht man schon, was alles drunter ist. Und dann macht man ab da auf weiter. Okay, jetzt ist das Feld freigeräumt und jetzt schneidet man einfach oben mal auf. Guckt euch das Ganze mal an, wie es da unten aussieht. Die Sparren erkennt man ja eigentlich direkt, weil hier direkt die Nägel sind und schwupp, ist ein Loch im Dach. Und die Rechnung erhöht sich direkt auf 10.000 Euro. Genau, und das ist jetzt der Sparren, der jetzt rauskommt. Zack. Und jetzt haben wir genug Luft für das Fenster. Und jetzt haben wir das, Das ist jetzt mal ein Loch. Ja, wenn du krankst, wenn du krankst, bist du krankst, kannst du krankst, Und dann kannst du krankst, kannst du krankst, kannst du krankst, mal nü. Ich weiß, dichام, nachdem wir das flüssige, stelle zu schätzen, immer nü. also was passiert wir haben den rahmen drum herum gebaut was ich eben gezeigt habe ist halt mit den sparen ja dann haben wir den fensterrahmen festgemacht der wird an diesen winkeln direkt an den rahmen verschraubt gegen diese lattung also bekommt auch eine externe lattung hin die genauso hoch ist halt wie die aber wie heißt es nochmal trag lattung von den ziegeln und daraus wird dann der winkel halt ermittelt beziehungsweise die höhe dass das dass der fensterrahmen halt daran angepasst wird dann wird natürlich die fensterscheibe eingesetzt und der btx rahmen oder btz rahmen besser gesagt der ist halt drumherum und den verschallen wir jetzt wir haben jetzt drumherum diese schütze halt angeklebt und jetzt kommt halt dieser dieser rahmen drumherum und das sind diese ablauf rinnen wo nachher quasi die das wasser halt ablaufen kann also jetzt das ist jetzt quasi der abdicht rahmen zwischen fensterrahmen und halt dach und da gibt es halt diesen bdz rahmen das hieß der eindeckrahmen oder edz rahmen besser gesagt für ziegel man fängt unten an das coole bei dem velux system ist halt das alles auf maß halt schon vorgefertigt ist ihr habt wenn ihr das ansetzt direkt diese verschraubungs löcher das man sieht ist relativ selbsterklärend dann gibt es halt die passenden schrauben halt dazu und einfach nur festschrauben ja und was wir jetzt noch montieren ist das ssl das ist so ein solar rollo quasi für das pk08 und hier auf der einen seite habe ich das schon drauf das ist halt hier so ein modul was hier oben drauf kommt da sind ist halt der roll an den kasten wird solar betrieben und man hat unten eine fernbedienung und kann das ganze hoch und runter steuern das zeige ich euch nachher noch mal genau aber das ist das was wir jetzt noch hier montieren auf dem nachbarfenster und dann sind wir schon durch ok beide fenster sind montiert die rollokästen auch und das war es so also was wir jetzt noch gemacht haben sind natürlich die ganzen pfangen drumherum angeschlossen bzw auf maß geschnitten so dass die auch überlappen so dass die genau über diesen diesen rahmen drüber gehen dann haben wir noch diese rollokästen dran gemacht also diese solarkästen und dafür gibt es dann halt die fernbedienung die man anhand von unten bedienen kann und einmal kurz antippen und da geht der rollokasten auch zu das geile bei dem system ist halt dass man einen akku hat der sich über solar auflädt und dass man nur ab und an wenn man den rollokasten halt braucht halt eben diesen strom hat man muss keinen kein kabel nach innen ziehen oder ja keine keinen separaten schalter unten haben oder so man hat einfach hier diese fernbedienung und super easy das system ja das war es soweit vom dach beide fenster sind drin die rollos funktionieren alles hat geklappt wetter hat gehalten wahnsinn wie schnell das ging an der stelle auf jeden fall noch mal einen großen dank an jörg der mir hier geholfen hat wenn ihr hier so ein bauprojekt habt und irgendwie handwerker im freundeskreis oder sonst irgendwie das ist gold wert einfach also wie leicht das einfach hier von der hand ging mit mit ein bisschen fachwissen auf jeden fall vielen lieben dank dafür und an alle anderen das video soll jetzt nicht irgendwie ein how to sein das sollte jetzt nicht sein irgendwie guckt zu wie ich das ganze mache und wie das ganze funktioniert dafür gibt es andere videos von von fachleuten ich bin selber nur leihe ich kann euch nur irgendwie zeigen wie ich das ganze hier so umsetze und so sind die videos eigentlich gedacht die sind mehr dafür gedacht einfach mal euch mitzunehmen auf den ganzen bauprozess und wie das ganze so ungefähr funktioniert welche arbeitsschritte man machen muss aber es sollen keine hundertprozentigen anleitungen sein keine blaupausen für leute die das dann selbst machen wollen sondern einfach nur impressionen damit ihr das ganze halt für euch selbst entscheiden könnt wie ihr das ganze gestaltet denn ich als laie kann euch und darf euch auch überhaupt gar keine tipps geben und ihr solltet doch niemals irgendwie solchen youtube film die wir hier so machen irgendwie 100 prozent vertrauen denn ich ziehe mir auch irgendwas an den haaren herbei manchmal um irgendwas zu erklären ohne ohne jetzt so tiefes fachwissen zu haben und bevor ihr euch da irgendwelche fehler einbaut oder so nur weil ich das jetzt mal hier so gemacht habe für mich selbst immer vorsichtig sein bei sowas also das an der stelle einfach nur mal gesagt ja aber dann noch freut es mich natürlich dass ihr euch die videos hier anschaut und noch mehr würde es mich freuen wenn es irgendein von euch irgendwas bringt also dass ich euch mit irgendeinem bauschritt oder so helfen konnte mit irgendeinem prozess dass ihr euch das mal anschauen konntet wenn ja schreibt doch einfach in die kommentare das würde mich freuen ansonsten lasst ein abo da das hilft uns youtuber auf jeden fall und ja ansonsten wir sehen uns nächste woche wieder bis dahin macht's gut ciao und ich hab neue fenster war ein toller tag hier oben aber sowas wenn man das sich selbst nicht zutraut oder so fachmänner machen sowas gerne dürfen so ein bisschen rum schneiden balken karten bisschen rum kloppen sonntags kommen sie auch gerne aber